Zack, 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 und Bowser, ich hasse dich. Okay, aber wenn das echt nur Bowser ist, also das sollte kein Problem werden, guckt euch ihn an. Er geht nach links, und er geht nach rechts. Er ist ungefähr so schwer wie Quade, ich glaube das war Quade aus Street Fighter, oder Hulk, ich nenne ihn Hulk. Das ist ungefähr so schwer wie Worms, Hulks erste Runde. Bumst, bumst, ach man! Nein! Tu mir das nicht an! Ich will dich nach links... Oh Gott. Ja, das war sehr schön gemacht, Kid. Zack, ich will dich skippen. Ich kann dich immer noch nicht skippen. Mann! Kann ich dich jetzt skippen, da war irgendein komisches Geräusch. Nein, da war kein Geräusch, okay. Ich bilde mir das nur ein, und jetzt gehst du. Kann ich dich vielleicht auch abschießen? Nein, die Kugeln gehen durch dich durch. Oder an den Propeller? An den Propeller mache ich dir auch keinen Schaden, okay? Das heißt, du gehst nach links, und dann gehst du runter, und ich verkriege mich in die Ecke. Das sieht besser aus. Das sieht definitiv besser aus. Och, Kacke. Och, Kacke. Okay, ab in die Ecke mit dir, Kid. Kid, 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 versteck dich. Gut, das größte Problem mit diesen Typen überhaupt zu treffen. Neeein! Wie kriege ich dich nach rechts, Nummer-Bombe? Geht doch nicht. Oh mein Gott. Oder ist es vielleicht so, wenn ich das Ding öfter treffe, explodiert es schneller. Dass ich das so... Oder langsamer. Dass ich das Teil so oft treffen muss, dass es dann... Nein! Ich hab kein... Wie geht das? Wie soll das funktionieren? Ich kann hier auf jeden Fall in der Ecke stehen bleiben. Kann ich hochfeuern. Dann explodierst du wieder da. Ja, toll. Ich treff dich nämlich... Oder wenn ich dich ein drittes Mal treffe, lass der dann... Okay, versuchen wir es so. Ich bleib hier stehen. Dann feuer dich einmal ab, und feuer dich zweimal ab, und feuer dich ein drittes. Bitte! Nein! Mann! Mann, no! So. Bob-Omp kommt runter. So. Wenn ich nur stehen bleibe, feuer ich ihn da hin. Okay. Dann fällt der Bob-Omp halt wieder runter. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Okay, jetzt... Oh, es ist bummsi-bummsi. Es geht nicht. Es geht etwa nicht. Ich weiß nicht, warum. Es geht nicht. Das ist doch nie im Leben ein Boss. Ey. Ich über dich drüber springe und dich hinter... Du fliegst in genau dieselbe verkackte Richtung. Gut. Komm her, Bowser. Bowser. So. Sag nein! Oh, Mann! Bombe! Bombe! Du brauchst so lange! Es gibt auch wahrscheinlich keine Taste, die mir sagt, oh, drück mich und ich detoniere eher. Bombe! Oh mein Gott, wie hab ich das jetzt gemacht? Wie hab ich das... Och, geil, wie hab ich das gemacht? Geile Sache! Das muss ich jetzt nur noch timingmäßig perfektionieren und dann treffe ich dich. Bowser, dann bist du im Arsch. Dann bist du im Arsch. Dann bist du im Arsch. Zack. Okay, man kann die mit der dritten Kugel rüberlenken. Jetzt muss ich nur noch mit der dritten Kugel treffen. Das ist das Problem. Oh mein Gott, zu hoch. Mann! Boah, wie lange sitze ich jetzt schon an dir? Du bist doch stinklangweilig. Stinklangweilig ist das Wort, das dich am besten beschreibt, Bowser. Jetzt treffe ich dich gar nicht. Das ist auch... Bums! Nein, so knapp. Oh mein Gott, so knapp. Okay, wir versuchen's so. Zack. Bob-omb. Hat mich zermanscht. Und von vorne. Yay! Lauf, Kid, Lauf, Kid, Lauf, Kid, Lauf, Kid. Versteck dich in deiner Ecke. Woooo! Ecke ist gut. Bums, die Bums, die Bums, die Bums. Da kommt Bowser aus seinem Clown-Car. Down, down. Mach mal nicht viel Musik. Bums, die Bums, 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 Bums. Ich weiß auch nicht, wieso ich mir dieses Bums, die Bums neuerdings angewendet hab. Wow, da kommt er. Okay, jetzt wirft er seinen Bob-omb und ich warte. Ich warte, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte. Und jetzt feuer ich ihn hoch. Bums! Nein! Oh, Mann! Kacke! Ich hab keine Lust auf dich. Ich will mich noch im Boss bekämpfen. Was ist, wenn ich dich weiter oben treffe? Bums! Nein! 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 So, wir warten. Nochmal treffen. Ja! Na, ja! Getroffen! Woo! Geil! Wooza! Was kommt jetzt? Jetzt müssten normalerweise die Fl- Oh, shit. Shit, wo ist mein Boden hin? Ähm, Bowser? Bowser, komm her! Bowser, Bowser, Bowser! Oh, shit! Jetzt ist es, wie heißt es da? What? Super Mario Brothers 2? Die fette Kröte! Und wenn das alles ist, dann bist du auch nicht gerade schwer. Es sei denn, ich muss danach wieder so ein Bob-Omp-Time. Boah, nee. Wow. Ich fühle mich gerade echt überfordert. Oh mein Gott, was ist jetzt? Würdest du mit auf das Ding fallen? Kehrt Feuer auf das Ding! Fuck, 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 fuck! Banzai-Bill, Banzai-Bill, Banzai-Bill! Booms! Bomb. Ja, das war eine ordentliche Bomb. Das war echt eine ordentliche Bomb. Ding, 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 ding. Wer kommt jetzt? Mal sehen, was für einen Mario-Boss haben wir denn noch? Mauser! Ähm, du bist nicht Mauser. Du bist Dr. Wily. Du gefällt mir mal gar nicht. Oh mein Gott, Powderbow. Oh mein Gott, noch ein Powderbow. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Hier gefällt mir immer weniger. Hier gefällt mir immer, immer weniger. Woo! Kill it with fire! I don't have fire, so I cannot kill it. Oh mein Gott. So, was jetzt? Ähm, jetzt muss ich die Kugeln hochre... Oh Gott. Bist du umständlich, Wily. Und wie komme ich über die Kugel... Oh, so komme ich über die Kugel drüber. Ich kann über die Kugel springen. Oh, das ist gut. Wow! Wow, Feuer. Kill it with fire. Give me a Kugel. Äh, ball of balls. Balls, give me a ball. Here, you can have bullets. Ich hab dich zweimal getroffen, was ist das denn? Kit, deine Pistole ist für den Angst. So wie dieses Ohrentreffer, das war ein schöner Treffer. Kit, du kannst das. Kit, du kannst den töten. Komm, Kit. Go, Kit. Go, Kit. Go, Kit. Oh, schweben das Feuer. Äh. Wie? Oh, noch mehr schweben das Feuer. Oh, da kommt die Kugel. Da kommt die Kugel. Feuer auf die Kugel, Feuer auf die Kugel. Kit, 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 Kit. Oh mein Gott, vier Treffer. Ich hab hier ne schöne Strategie. Oh mein... Faaargh. Wah. Shit. Schaffen wir den heute noch? Ich hab noch 3 Stunden und 20 Minuten. Dann ist heute vorbei. Oh mein Gott, ich muss den heute noch schaffen. Ich muss den schaffen. Ich weiß gar nicht, wie weit Amiron gerade ist. Ach ja, du bist ja... Och nein. Mann. Boah, bist du spannend. Boah, bist du spannend. So, wir warten. Wir warten, wir warten, wir warten, wir warten. Treffen dich, treffen dich dann da oben nochmal, bitte, bitte. Ja, nein. Nein. Ach man, du bist so langweilig. Du bist so langweilig. Das glaubst du gar nicht. Zurück, zurück. Nein. Oh mein Gott, dann hast du jetzt wieder eine Ewigkeit. Boah, nee. Kill, Mensch. Jetzt bring mich einfach um. Zack, ein Treffer. Zack, zwei Treffer. Und zack. Ach so, der fliegt immer in Richtung Bau. Oh, ich verstehe. Er fliegt immer in Richtung Bowser. Also, oh, nee. Kommt mir gerade zumindest vor. Das heißt, wir müssen echt warten. Könnte ich dann hochfeuern? Könnte ich dann da hochfeuern und... Nein. Du verkackter Bob-omb. Bumms, die Bumms. Kommt zurück. Du sollt worden. Viech sollst zurückkommen. Meine Fresse. Welch ein epischer Kampf. Damit ganze Legenden darüber schreiben, wie ich Bowser mit einer Bombe bekämpfe, während er nach links fliegt. Runter fliegt. Nach rechts fliegt. Dann eine Bombe wirft. Oh Gott. Ein Treffer. Kein zweiter auch. Ach man, ich bin so ein Idiot. Ich weiß nicht mal, wie ich das eben gemacht habe. Das ist mein Problem. Dumps, die Bums. Nein. Nein. Ja. Boah. Kann ich nicht wenigstens wieder Wards haben? Da muss ich mich bewegen. Das ist ja... Boah. Ja, nein. Fick dir. Du Arsch. Mann, du bist so stinklangweilig. Wie kein anderer Bots auf dieser Welt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bums. Kacke. Ich frage mich gerade, was ist, wenn ich warte, bis er oben ist? Ich möchte schon fliegt mir das Ding selber um die Ohren. Ich versuche es mal, denn ich habe ja sonst nichts anderes zu tun. So ungefähr. Bumms, die Bums. Oh, das ist die ganze Magie.